Ja super, also dass wir jetzt doch Erster geworden sind, war wirklich toll. Wir haben dreimal hier auf der großen Bühne getanzt. Hat Spaß gemacht. Ja gut, würde ich sagen. Doch, bei so vielen Gruppen dann zu gewinnen ist cool. Was wir mitnehmen, dass es nicht nur aufs Gewinn drauf ankommt, sondern natürlich auch auf den Spaß und auf die Leute hier und auf das Feeling einfach. Mega, ja das ist einfach, dass dann so viele sich dafür interessieren und uns die Aufmerksamkeit schenken ist halt Nice.